Mal wieder was gemeinsam machen und dann zusammen drüber lachen mit dem Beziehungsstift vom Institut für Gute Laune. Das ist unsere neueste Entwicklung, wobei so neu ist ja gar nicht. Wir setzen den schon länger bei uns in den Workshops ein. Aber jetzt haben wir mal das Produkt zu Ende entwickelt. Das kommt jetzt hier in so einer kleinen Schachtel zum Zusammenbauen. Und hier ist auch eine kleine Anleitung, die euch helfen kann, eure Werke dann zu interpretieren. Oder hier ist auch ein kleiner Workshop, sieben erste Übungen zu zweit, dann mit in der Schachtel. Was kann der Beziehungsstift? Der Beziehungsstift kann schreiben und zeichnen, aber das Besondere ist, dass der natürlich für zwei Personen ist, die hier dran sind. Und wenn die zusammen zeichnen, dann zeichnet immer die Beziehung dieser beiden Menschen. Und die Zeichnung oder die Schrift gibt dann Auskunft, wie ist diese Beziehung. Und das kann natürlich sehr interessant sein, aber das kann auch ein Einstieg sein in eine Kommunikation, die sehr kreativ und die intuitiv vor allem ist. Ansonsten kann man mit diesem Stift auch die Achtsamkeit üben in der Beziehung, weil man spürt ganz genau, was will der andere, wo lässt er los, was ist ihm ganz wichtig. Und da kommt es dann natürlich immer auf die Themen an, die man zeichnet oder schreibt. Und da kann man einen guten Einstieg bekommen in die Kommunikation. Und was der Beziehungsstift aber vor allem kann, ist, er kann Spaß machen. Den kann man einfach mit auf die nächste Party nehmen und dann zeichnen wir alle miteinander und man kann dann rausfinden, welche Beziehung wäre sehr leidenschaftlich, welche Beziehung wäre eher sachlich oder langweilig. Und das kann man dann alles machen und das führt meistens zu sehr lustigen Begebenheiten, wie schon bei unseren Workshops erprobt. Also schaut mal rein in den Workshop, der ist auch ein bisschen beschrieben bei uns auf der Internetseite. Da könnt ihr auch gucken, wie ihr an den Beziehungsstift kommt. Viel Spaß wünscht das Institut für gute Laune mit dem Beziehungsstift.